hallo und herzlich willkommen zurück zum live stream von jetzt minecraft roguelike adventures and dungeons und ja ich bin jetzt langsam ja wieder ein bisschen fitter ich war recht müde also so richtig kaputt und ja ich habe eben wenig geschlafen und ich habe ja auch sehr viel ja gegeben okay und da dachte ich mir ja komm jetzt gar nicht so lust hast irgendwie grafikantwortliche spiel also so forse horizons war gestern abend einfach ein bisschen zu viel ich weiß aber scheinbar hat mir das nicht so gut getan die ganze zeit irgendwie herumzuschauen während der fahrt und so die steuerung ermöglicht zu verinnerlichen okay die kurve so und so weil die steuerung auch mehr ein bisschen auf den keks geht und deshalb dachte ich mach mal bis kurz pause habe noch eine cloudige geräten wegen server machen wir morgen oder so dann an ich denke es geht noch länger aber einfach mal die welt machen und ja es wird dann die story welt gibt es richtig story und so weiter genau so und währenddessen spiel ich halt jetzt hier noch ein bisschen modpack und der grebe ist noch dort gut dass die anderen gegner jetzt weg sind also vor allem diese diese power was war es ein silberfisch genau weg ist so hier haben wir noch ein lumberjack deck für ein weidensetzling bekommen cool ich möchte aber etwas zu essen haben es hat alles wieder ein bisschen unangeordnet wegen dem tod ja schön dass man einen kopf bekommt aber ja ich fühle mich jetzt nicht so gut mit dem kopf nein bitte nicht schon wieder ein gegner ein boss gegner ja das sind so ähm ja gerade gegner in der neueren action rund spielen und und ok skelett genau kommt ja explosionsschuss oder was hast du ja genau das bringt mich ja fast um jetzt können wir jetzt noch machen nochmals neue laden und irgendwo unten durchgehen könnt ihr sonst mal ein bisschen im boden herum fühlen hier auf jeden fall werde ich hier mal ein bisschen bleiben sonst ja einfach Feuerbälle die explodieren jetzt mal hier hier ist gut gehen wir mal ein bisschen graben hauptsache ich komme da aus dem haus weil da kommen ja ok welcher mod hast du das eingefügt taumkraft ok deine finger kippen hast du mit dem christ als du den kristall berührst also das heißt vielleicht werde ich etwas entspannung inspirieren entspannung also laufen ich kenne den farmkraft mod nicht mehr so gut also art carbon ok kann man damit auch etwas machen kann man damit ein auto kraften ein bisschen carbon drauf das dach ja ja jo guten morgen schon fast wir kommen dix zacksterhain wir kommen guten morgen hart enemies fireball explosion ball so ich könnte nachher i can play regnum but i'm i need a bit motivation it's okay but i have no good drops and the event is for high level players carnival event ja ja also ich könnte einfach dort stehen oder so aber die anderen königreiche tun mich ein bisschen nerven aber ich brauche eisen eh ja vielleicht später wenn ich ein bisschen wieder wach bin aber jetzt einfach los zu streamen und nicht irgendwie zu schlafen ich denke ich würde heute bis drei uhr oder vier uhr spielen weil ich ja sowieso nicht schlafen kann es ging jetzt kurz zwei stunden konnte ich schlafen aber ok endlich wenigstens kohle aber es ist auch wieder so ein modpack und du hast wieder fast keine höhen bzw. keine herze und das ist sehr doof und ich kann sie nicht einsammeln hm das ist marmor das ist das data nicht ja ich habe dieses ding nicht ähm hühler oder oder ja in dieser version ist es wieder hm hm too many items das ist marmor ok ok es hat es gesteckt war irgendwie etwas ich weiß nicht irgendwas habe ich bekommen ein holz vielleicht nochmal ein setzling ne keine ahnung was ich bekommen habe ok ok carbon saturn switcher what the hell okay das item mangrohen holz komm ist es schön das ist weiße genau wir nehmen wir das muss jetzt alles wieder sammeln oder ich tue die erzding einfach weg koppel weg erde so habe ich ein bisschen mehr wir gehen jetzt oben durch und suchen irgendwo anders eisen als hier unten das ist wahrscheinlich da oben steht es schiefröcke da oben links steht es ist ein anderer mod scheinbar habe ich gar nicht so gesehen eben unten ist es zu schwer rock like dungeon ok nice Gegner weg Höhle ah keine Höhle oh gehen wir in die Hütte dort schau wir mal hier ist eine Schlucht nein es ist ein wenig also in die Höhle könnte ich noch gehen ich hoffe hier gibt es kein Gegner drin oder ist noch ein anderer ok ah nice die Höhe die ging ok der mod hat irgendwelche latenzprobleme jetzt ähm das gibt es manchmal wenn der interne speicher voll ist hm muss ich vielleicht optify noch installieren verbannt ok schwarz 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 eigentlich einen satzen könnte ich mir nennen aquatic life adapt pseudo aquatic life wieso wegen tombstone ok verstehe ich jetzt nicht manche items erklären mir jetzt nicht so ja mhm 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 ja das brauche ich wahrscheinlich nicht momentan Okay, ein Wett haben wir. Einen Helm könnte ich vielleicht noch mitnehmen. So, was könnte ich noch? Das Fleisch, Kupferhelm. Ist ja nicht so wertvoll. Ja, ist gut. Immerhin nicht so schwere Gegner. Die töten mich mit zwei Schlägen. Man, man. Weiße Opie. Okay, Ehrgeil. Ehrgeil. Schlimm sei das. Folgen wir wenigstens nicht. Overpowered Noob-Dinge. Nein, nicht Noob-Dinge. Wieso ist jetzt alles wieder verschoben? Leute. Scheiss Quest-Buchmod. Too many sheet. Too many sheet. No iron. No iron. No iron. Der Mod ist für den Anfang recht schwer. Luft ist da. Genau. Ist jetzt komisch, dass sie extern sind. Sonst sehen sie immer dahin gewesen. Steine. Und jetzt sehen sie extern. Ja. Okay, wahrscheinlich schon lange, aber ich habe den Mod sicher. 5, 6 Tage. Ja, nicht mehr gespielt. Hm. Also wir gehen jetzt mal zurück zur Kiste, die hier vorne irgendwo war. So. Sonst komme ich eigentlich nicht so gut weiter. Wir müssen eigentlich alles aus dieser Kiste auch wieder, ja, reintun. Ähm, da oben. So. Da ist auch nichts. Keine Höhen. Also nicht mehr so gute Höhen. Die gehen nicht mehr tief rein oder so. Okay. Hm. Das hat auch nicht so viel. Ich werde jetzt mal die Sachen schon mal hier reintun. Das G-Book brauche ich. Merkwürdige Träume. Zauberbuch. Rangowitz. Okay. Kann ich noch nicht verwenden. Der Kristall. Ja. Ich mache jetzt Haumkräft noch nicht. So. Okay. Ja. Nein. Nehme ich noch nicht mit. So. Merkwürdige Träume lesen. Also nachher im Träume. Im Träume haben wir drei Kiste merken. Das war jetzt von einem Schild immer erfährst. Küsse mussten unterschiedlich sein. Genau. Das war damals schon so. Das ist Farmcraft. Ähm. Müssen wir jetzt aber noch nicht machen. Starting House. Vielleicht da drüben oder so. Der Berg sieht eigentlich cool aus. Ähm. dieser Bogen. Was brauchen wir sonst noch. Ich weiss gar nicht. Also das brauchen wir noch. Zuckerrohr brauchen wir noch. Nehmen wir noch die Setzlinge mit. Oliven auch wieder. Oliven zum Essen. Wieso habe ich die hier reingetan. Doki. Ich weiss nicht. Äh. Ja. Ich bin nicht so Fan von einem Hund. Nebenbei noch. Aber ich werde mal. Was verwenden. Hä. Vielleicht auch hier im Meser Biom. Aber. Ja. Eventuell eher nicht. Leider ist Oliven halt nicht so gut. Zum Essen. Das müssen wir wahrscheinlich. Wissen wir sogar irgendwie. Weiß ich nicht. Was man als Oliven auch machen kann. Oliven machen ja nicht irgendwie. Die machen ja nicht besuchen. Okay. Hier haben wir noch irgendwas. Vermächtigungsaltar. Ich glaube meine Süßbücher sind veraltet. Gehaltet. He buried here. Wins. Schriftrolle. Zauberbuch. Magisches Geschoss. Lehrling. Ich nehme alles mit. Im Starting House kann ich nämlich ein paar Sachen lagern. Oh. Okay. Nice. Hm. Okay. Okay. Ich kenne den Mod gar nicht. Was ist Switcheru? Hm. Das wahrscheinlich auch sein Mod. Der Magie einfügt oder so. Clay. Dann nehme ich jetzt auch noch. Wieso? Clay. Clay. Und Clay. Or. Ja. Gut. Müssen wir dann herausfinden. Ich glaube Anenos ist ziemlich gut. Äh. Strobikhaft. Die sind glaube ich ziemlich gut. Okay. Strobikhaft kann ich eigentlich auch noch verwenden. Dann irgendwann mal. Dafür müssen wir aber irgendwas haben. Ja. Einen Liegestuhl. Genau. Okay. Wo war dieser Berg? Ist auch ein Rocklike Dungeon? Ah. Ich habe keinen Optifan. Hm. Ich gehe mal hier hoch. Weil dort. Ja. Geh jetzt mal zuerst dort. Hm. Okay. Es ist ziemlich viel zu entdecken. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Ja. Überfragt. Wie die Mods meistens gehen. Aber jetzt habe ich den auch noch. Ja. Dann wahrscheinlich nicht. Aber ernten. In einer Schere. Giftehefeuer. Ja. Gut leuchten die wenigstens. Okay. Schusssicher. Nehme ich mal mit. Schusssicher. Ifrids Urteil. Abscheid des Todes. Okay. Meinen Bogen. Ähm. Schüssel. Zauberbuch. Steinachst. Kaffee. Kaffee. Kein Kaffee. Heute gibt es keinen Kaffee. So. Ähm. Ja. Jetzt sind wir völlig voll schon wieder. Ähm. Andere Seite. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Was ich am besten. Ja. Ich muss jetzt einfach hier irgendwo den Berg finden. Und danach ähm. Haben wir wieder Platz. Also. Können wir wieder die Sachen dorthin fuchsieren. Weil es gibt mehrere Kisten dort und das ist super. Okay. Spawner. Ahnen Spawner. Zombie. Zombie. Skeletze. Okay. Megalutsche. Hm. Okay. Fledermaus im Eimer. What the fuck? Haha. 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 Bei Charm. What the fuck? Teleport. Okay. Äh. Ich bin irgendwie geflogen oder so. Dynamizia. Dynamizia nehme ich natürlich mit. Inventory Crafting. Magic Tiefe. Das brauche ich. Okay. So. Und. Alte Schinken. Alte Schinken. Hm. Das geht leider nicht. Oh. Oh. Wo kann man das hin tun? Ist das zum schlagen? Ich denke ich auch gar nicht was man damit machen kann. Plünderung 3. Ich denke das ist einfach ein Buch. Ein Zeimerbuch. Okay. Okay. Ja. Ich habe trotzdem viel zu viel. Wtf. Ich bin glaube ich irgendwo anders hin teleportiert worden. Bin ich noch? Ja. Ich bin doch noch hin. Aber ich bin einfach nach vorne teleportiert worden. Okay. Ähm. Riesige Essengurke. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht was ich meine. So Zauberbuch magisches Schuss habe ich schon. Ah. Das habe ich zurückgelegt. Okay. Nehmen wir das noch mit. Black Widow. Upgrades. Ist nicht so gut. Hä? Aber Upgrades. Jetzt. Ja. Es hat. Ja. Es hat eine Art tinkeres Konstrukt. Hm. Okay. Äh. Was wollte ich noch mitnehmen? So. Okay. Ist recht schwer so viel Loot und alles zu managen. Jetzt einfach nach oben. Und ähm. Was ist das Buch einfach? Oh. Ja. Der Mod hat irgendwelche Probleme. Ich muss Optifine wahrscheinlich zwingendst insolieren. Aber hier haben wir Eisen wenigstens. Okay. Ich muss das kurz markieren. Aber kurz zuerst schlafen. Uiuiuiui. Der Mod ist riesig. Modpack. So. Ja. Wir verbrennen jetzt. Ich muss jetzt mal kurz. Ja. Erstmal. Wir haben ein bisschen mehr Leben durch den Mod. Oh. So. Entfernung. Was ist das? Zombieherz. Ei. 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 Ich brauche Eisen einfach. Bitte nur Eisen nehmen. Nichts anderes. Kein rotetes Fleisch. Nur Eisen. Nur noch Eisen. Hauptsache irgendwas, was ich nutzen kann zum stärkener... Nein! Kein so ein Scheiße! So jetzt! Schön, dass da wenigstens so ein Kackfelsen ist. Oder Kackfelsen. Ja, immerhin, also jetzt wird es nicht gedacht. Wie kann ich das nicht ändern? Sehr besonders. Was können wir jetzt noch rauswerfen? Ich weiß es echt nicht mehr, was ich rauswerfen soll. Ah, ok. Trinkt eigentlich nicht so viel. Ja, ich weiß auch nicht, was ich rauswerfen soll. Ähm, hm. Ich tu jetzt einfach ein bisschen. Was ist das Ding? Junk. Ok. Ich grad das nicht. So, Sachen können wir nachher auch noch vorhaben. Aber jetzt sind wir eigentlich dann langsam bei diesem Fels, oder? Der Fels war irgendwo hier. Glaub ich daneben irgendwie vorbei, also in die Richtung ungefähr. Glaub ich einfach kein Schwert. Ah, hier ist so ein... Ich weiss auch nicht, wo genau der Felsen war, ne? Ich glaub ich ein bisschen zu weit in eine Richtung einfach gelaufen. Mal schauen, ob es hier irgendwo ist, was ist das? An der Ding. Ein... Ein... Ja. Ein Tier. Oder ja, eher ein Eich, äh, ein Hirsch. Hm. Ah, ok. Unfern hier möchte ich mein Haus machen, weil der Berg, der Berg muss sichtbar sein. Also ich will so ein schönes Ambiente. Ist das eine Fall, ne? Wo ist der Berg? Da ist nur so ein Pfosten, aber der Berg? Ist jetzt gerade nicht sichtbar irgendwie. Ist der hier? Also wir haben ja auch einen Berg gesehen. Wo genau? Und... Ding weiß ich nicht mehr. Ah, ist ein Monster drin. Ähm... Ja. Ich will hier. Also das Biom ist halt ein bisschen weiblicher. Das Biom sieht gut, also ich will hier bleiben. Wohin? Weil ich hab den Berg jetzt nicht mehr so ein... Blickwinkel. Ich bin hier ein bisschen weiter vorne. Ich dachte, der sei ein bisschen weiter weg. Ich hab keine Übersicht. Leider keine Übersicht. Na, noch weiter weg kann er ja nicht sein wegen einem... Maximalen im Ding oder kann er doch sein. Schauen wir nochmals ob wir ihn noch finden. Hä? What about... Ah, hier ist der Berg. Da in die Richtung. Okay, gut. Gehen wir wieder runter. Kommen wir runter. Wir runter. So. Äh... Okay, Berg ist gefunden. Ich hab einfach ein bisschen in die falsche Richtung wieder geschaut. Oh, der ist jetzt wieder sichtbar. Ob wir in der Nähe sein können? Äh, es muss ja etwas sein. Okay, sauber. Ist das gut. Ja sicher! Wir sind einfach mal eingesperrt. Dann müssen wir sterben oder schlafen. Dankeschön. Liebe Mod-Entwickler, Facepalm. Richtig, Facepalm. Wer macht solche Mods? Die sind ja nicht mal fair. Aua. Deathmobpack von Ubis. Death, 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 Death. Ei, ei, ei. Jetzt geh mal du weg, bitte. Kann doch nicht sein. Wenn man Mods nicht kennt, man muss jeden Mod auswendig können. Tschüss. Ei. Ei. Eckstark. Ei, Ei... Ei, stuck, Herr. Too strong... B zu stark, oder? B zu stark. Ich habe keinen Bock mehr. I cheat. What the fuck? What the hell? Was ist das? A Doki-Talent. Was ist das? Horrible mod. Electrolobes Visor 3. Baddest mod. Okay. What the hell? I stuck here. Teleport. Okay, I need to kill in Game Mode. Also das habe ich auch noch nie gehabt. Dass man irgendwie gefangen wird oder so. Man kann die nicht mal killen. Das ist ein Schiff. You cancelled the ghostly shape. Okay. Kommt die wieder? Ah, okay. Weil irgendwie ist es nicht so groß gewesen. Jetzt habe ich wieder das Ding groß gemacht. Aber die sind unbesiegbar. Unvincible. 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 Okay. Unvincible. Rechtschaffend. Ich kann das nur. im Game Mode machen. Das ist ja so schlimm. Holy shit. Finish. Hungry Zauberer. Jetzt fertig. Okay. Nice. Wer hat es? Wer hat es? Manche Mods haben echt viel zu viel Schrott eingebaut. Was sind die anderen Alben hier? Okay. Und das Schinken. Viel zu viel Schrott. In Japan lasse ich mir noch. Hier kann ich noch etwas. Alle Ereignisse wieder nicht. Irgendwieso können die Sachen nicht einfach sortiert werden. Ich kann viele Sachen jetzt eigentlich mehr holen. Das lasse ich mal, weil das schwer ist. Shift-Rolle. Oliven-Setzling brauche ich nicht. Reitens-Setzling. In Apple brauche ich. Oliven brauche ich. Okay. Ich habe alles, was ich brauche. Gut. Also. Wenn man eben einfach nicht weiterkommt. Oder wenn es unfair ist. Einfach mal kurz Game Mode verwenden. Damit, ja. So unfaires Zeug einfach nicht sein muss. Wenn Motto meinen, sie müssen irgendwie mich einfangen oder so. Weil ich kurz mal draufklicken will. Ich weiß es ja nicht. Dann sind sie selbe schuld, dass man Game Mode verwenden muss. Ja. Echt doof. Also richtig scheiße gemacht. Ohne Vorwarnung irgendwie so eine Mega-Falle zu machen. Nein. Für mich nicht. Habe ich das noch hier equippet? Ja. Okay. Wieso das auf dem Amulett-Slot war? Spey Book. Ja, die anderen Sachen kann ich nicht mitnehmen. Gut. Also. Jetzt haben wir wieder Nacht. Jetzt müssen wir wieder schlafen. Auch Magic Teeter würde vielleicht gehen. Aber nein. Das kann nur in Dungeons 1 gesetzt werden. Emotionen gibt es auch noch. Eieiei. Ich bin richtig... richtig genervt da über diesen einen Modus hier. Okay. Hallo. Ich weh nicht. Ja, ich muss unbedingt Optifan installieren. Wir könnten jetzt vielleicht ein bisschen Ding spielen. Rechnung oder so. Oder ich werde jetzt auch noch ein bisschen hier die Wohnung aufbauen und alles. Jetzt nehme ich nicht mehr so Bock auf den Modus. Auf das Modus. Ist ja übertrieben. Also Rocklike heißt jetzt nicht zum Beispiel so mega böse Monster zu bekommen. Rocklike heißt. Man muss halt sich ein bisschen hochfarmen und so Sachen. Und die VQ-Team Meter unten mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay. Das wird wahrscheinlich schon wieder ziemlich hart werden dann am Schluss. Also Rocklike bedeutet, man muss halt immer wieder ein bisschen grinden, ein bisschen Dungeons mehrmals machen, bis man ihn schafft und so Sachen. Ja. Aber nicht gerade so mega Schwierigkeitsgrad und danach. Ja, bist du fröhlich. Okay, hier gibt es schon wieder diesen Schrein. Genau hier vorne mache ich meinen Aushindern. Kann ich den aufs Wasser tun? Wo ist dieser? Äh, ist das da? Nein. Nein. Kann ich das so aufs Wasser tun? Okay. Basic House, äh, French Hobbit. Desert Style habe ich beim anderen Moppec kurz gemacht. Basic House. Ich finde irgendwie Hobbit House wird am besten. Ist aber kleiner. Nein, ist nicht kleiner. Okay. Lime ist zum Beispiel. Ja, Lime nehmen. Ich würde hier eigentlich normal nehmen. Add chest build mineshaft. Okay. Add chest contents build. Äh, okay. Nichts 1 Tiefe. Ah, jetzt muss ich hier mal kurz. Äh, ja. Aber zusperren hier. Das ist nicht so gut. So, oh. Noch mehr Platz. Ja, weil es kleiner ist. Ist ein bisschen eng. Ja, und hier sind die Startessachen. Ah, endlich mal. Ja, auch wegen der Location. Ich würde einfach nicht irgendwo hässliches das Haus bauen lassen. Schwert brauche ich erstmal. Ein Questbuch brauche ich auch. Also zuerst einmal, ich brauche einen Wächter. Also die Pfeife. Was steht da? Bestehen. Befehl stehen. So, wenn ich die Pfeife einsetze. Heißt einfach nur gezockt. Ne, zockt. Aber heißt einfach normal. Ja, ich brauche einen Wächter. Und... Und... Halt der Schinken. Das Keybook brauche ich. Ich werde es schon anwickeln. Der Hunger war es wahrscheinlich fast. Magic Tephyr. Wie viel tiefer. Ähm, Buch, äh, Bett. Kein Buch mehr. Black Widow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier leveln kann. Ich denke, ich kann es leveln. Das benutze mit dem Bogen. Den anderen kann ich mal hier reintun. Ist auch ein bisschen besser. Dank der Heilung. Ähm, die tue ich dann. Setzen. Eisenerz. Wo ist der Ofen? Sehr gut. Und die anderen Sachen muss ich anpflanzen. Ja. Ist leider nicht so gut gespawnt. Ist eins zu tief gespawnt. Ich würde das ja oben setzen. Aber, aber... Ja, doch. Ich habe einen anderen Block eingesetzt. An der Ebenerde war wassermäßig. Ähm, ja. Ich wollte noch genau von einem Kartoffeln pflanzen. So. Ja. Hier geht es leider einfach rein. So ein Mist. Mein Gott, wenn die Mods einfach besser geplant werden. Das sind immer so scheiße gemacht. Ja, ich will die Mods one-hitten und so Sachen. Ja klar. Kann man ja schon machen. Aber das macht die Mods nicht besser. Okay, den setze ich hier voran irgendwo hin. Ja. Ja. Und, ähm, ja. So hatten wir einfach ersetzen noch mehr. Gut. Gut. Endlich mal. Endlich. Was könnte ich noch machen? Ein Eisenschwert. Ja, ich habe jetzt gar kein Holz mehr. Ja, ich habe jetzt gar kein Holz mehr. Wie ist es eigentlich außerhalb? Gibt es irgendwie Sachen, die abgebaut wurden? Die sind Nüsse. Nein, aber es sieht einfach nicht so schön aus. Ah doch hier. Okay, aber sonst gibt es hier nirgendwo. Nur nicht gut wackeln platziert. So, und der Baum sieht halt anders aus. Rundenblättern. Ist nicht so schlimm. Hier das Wasser noch gerade machen. Hier auch nochmal ein bisschen ausleuchten. Sonst waren hier Monster. So. Ja. Ah ja, die Ananas kann ich noch anpflanzen. Na gut. So. Gut. Die Kristalle brauche ich ja jetzt nicht ernten. Also hier gibt es drei. Also Magie könnte ich schon mal machen. Ich weiß aber einfach nicht weiter. Ja, werden wir dann schon erfahren. Also, na äh, ich muss jetzt zuerst mal Holz sammeln. Jetzt irgendwie ein Band der. Ja, ich darf da nicht in die Nähe gehen. Sonst muss ich die Magie halt wieder okn. Ah, ah. Ja, ich muss irgendwo anders das Holz holen oder nochmals zurückkehren am besten. Die Teile, die tun irgendwie helfen. Ich weiß es gar nicht mal so richtig mehr. Okay, wisst ihr was? Ich muss jetzt kurz mal hier. So, und die anderen löschen wir einfach. Ja, wir haben ja nicht mehr. Oder haben wir irgendwo noch Loot? Nein. Ich habe jetzt alle genommen. Ja, es ist halt manchmal echt ein bisschen, ja, zu nervig für Anfänger. Es ist halt zwar ein Mod, der wirklich auch sehr viel, ähm, Ding braucht. Ein Fühlvermögen. Also, wenn ich jetzt gerade so überrascht werde andauernd von irgendwelchen zu OP-en Monstern, dann führe ich mich nicht so gut. Hier unten haben wir noch Loot. Heißt weg. Okay, das ist die Spawn schon. Das sind die anderen auch, die Spawned. Ich tue jetzt hier einfach irgendwelche Bäume fähren, die nicht so schön sind. Ja, es sind überall modded Bäume. Ja, es sind alle ein bisschen zu schön. Ja, diese kleinen Bäume. Eichenlaub. Das darf ich nicht zu fähren, also Eichen nicht. Und ich warte einfach, bis die gewachsen sind. Wildbärenbusch, das kann ich ja mal mitnehmen. Diese Bären können wir aber nicht zu Ding machen, oder? Wildbärenbusche. Ich muss diese Büsche wahrscheinlich mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja, es geht. Sehr gut, dann haben wir wieder eine Essensquelle. Okay. Birken. Eine Birke könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Aber Birken haben wir, glaube ich, irgendwo noch. Nicht hier. So. Wahrscheinlich, ob ich mit dem Bogen ein paar Zombies noch gehen kann. Ich tue jetzt zuerst mal schlafen. Und da habe ich gar nicht gesehen beim Herumlaufen. Ja, weil Leute irgendwelche anderen Sachen denken. Ja, manche Menschen haben das so. Wenn man jetzt gerade nicht etwas checkt, die anderen werden dann irgendwie da. Okay, ich bin draufgetreten, aber es ist nicht ausgelöst. Also das kann man irgendwie leveln. Okay. Das ist ein Teleporter gewesen. Komisch. Habe ich irgendwas? Hier sind eins? New Versions? À server-settings? Naeble PvP? Das müssen wir eigentlich anhalten. Hm, komisch. Ist wahrscheinlich einfach für den Servergegner. Ok. Ist auch wieder leider ein Mega-Mod, der immer so ein bisschen unbalanciert ist. Ich habe wieder... Oh nein, der Gegner hat wiedergegeben. Ja, und jetzt? Ein Old Spawner. Vielleicht kann man damit irgendwelche Spawner machen. Ja, Magic Bean von Ocarina of Time. Random Chunk and Reservoir. Emerald just played. Archiv. Ginseng Wurzel. Nicht jetzt essen. Wieso nicht jetzt essen? Wing Charm. Give Snowfall of the Frist Block. Wieso muss ich Schnee haben? Zombie Hirn. Das brauchen wir dann später. Ja, alles andere brauchen wir nicht zum Winter. Weihnachtssonne? Aha. Ich sehe nichts. Lass mich mal durch. Ich gehe hier hoch irgendwie. Ja, das ist ein bisschen doof, dass es hier Wurzeln gibt. Wir kommen jetzt nicht hier durch. Doch jetzt. Okay, der ist auch weg. Ambush Trap. Ich weiß nicht, diese Traps funktionieren irgendwie nicht. Oder habe ich sie trotzdem ausgelöst? Schon gut. Okay. Die Tabs werden ausgelöst, aber es bringt nichts. Also es macht mir nichts. Ja, die sieht man halt auch keinen. Okay, ein Barrel. Erfahrung Slash. Ehh. 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 Ich weiß nicht, was das ist. Glow Current Leuchten. Ok, dann ist der Sonder auch irgendwie für etwas zuständig. Aber der eine Dungeon Tactics Mod, der finde ich gar nicht so gut. Der ist irgendwie so ein bisschen Nervenfrau mit den Büschen. Mortar und Pastille. In Essenz nehme ich noch mit, weil da braucht man viele. Und sonst? Hier oben falsch. Ein schwarzer Block. Kann man den anschauen? Nein, wir spielen nicht zum Weg. Irgendwie so ein schwarzer Block. Vielleicht Beton. Ok, das haben wir gemacht. Können wir wieder zurückgehen? Ja, so am Morgen Minecraft Jungs, die gehen um 10 Uhr schlafen. Und stehen dann erst so um 16 Uhr auf. Ich weiß nicht, Minecraft ist immer das gleiche. Die Leute verhalten, also die Zuschauer verhalten sich immer gleich. Sie schauen meistens nur kurz und danach sind einfach länger da, aber reden nicht. Also manche. Ich meine jetzt nicht alle natürlich. Aber dennoch viele sind eigentlich immer gleich. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Das ist nur meine Bemerkung natürlich. Aber irgendwie, ja, sind es relativ wenig gut. Also ich habe ja viele selber schon gemacht. Es sind viele irgendwie ziemlich gut, aber es gibt auch die Mehrheit, also die wahrscheinlich von anderen Livestreamer da auch kommen und so denken, ja, ich habe nur den gern und so alle Sachen sind immer die gleichen. Schauen kurz, ok, der ist jetzt nicht so gut, weil er vielleicht nicht so ein gutes Mikrofon hat, als dieser eine Million Subscriber Abonnent, äh, Livestreamer. Ja gut, gehe ich wieder weg. Immer das Gleiche. Ja, kann man halt nichts machen als Livestreamer. So, ich brauche das Questbuch wieder. Also die pflanze ich jetzt an. Ich glaube, die kann ich direkt anpflanzen, oder? Ach, die kann ich auf Erde platzieren. Die kann ich auf Erde platzieren. Genau deshalb sind sie so gut. Also auf Graues. Deshalb finde ich diese gut zum Essen herstellen, weil, ja, es ist einfach einfacher. So. Die anderen so ich auch immer wieder ernten. Also den einen Baum, den müssen wir jetzt natürlich unbedingt fällen. So. Ja, ich muss jetzt unbedingt noch regnen um Livestreamen, denke ich mal. Ähm, Minecraft ist jetzt halt jetzt um die Sozeit halt wirklich nicht gerade gut besucht. Kann ich leider nichts machen, solange nicht so viele Livestreamer mich schauen. Ich bin ja eher für bekannt, also nicht unbedingt so mega mässiger Minecraft Streamer. Ähm, ja, weil nach einiger Zeit nervt hat die Grafik vor allem meine Augen, meine empfindlichen Augen. Das geht schon, aber da muss ich echt etwas zu tun haben und auch Motivation haben, wie zum Beispiel ein paar Zuschauer, die auch ein bisschen reden oder so. Aber, ja, für mich ist Minecraft halt schon langsam alt. Ich kann jetzt gar nicht mal mehr so viel es spielen, ohne dass ich jetzt zum Beispiel ein Server habe, ohne dass ich irgendwie, ähm, ja, etwas zu tun habe. Also, das Modpack motiviert jetzt auch nicht unbedingt immer so sehr. Das halt einfach auch relativ nervig ist, oder? Was soll ich mir jetzt da sagen? Ich weiss jetzt nicht mal, was ich sagen soll dazu. Es fühlt sich so richtig unbelossiert an. Ich habe irgendwie so nicht so die Lust dazu. Äh, Zuschauer haben jetzt auch nicht Lust. Ja, ich werde es sicher nochmals spielen, aber wenn ich jetzt wirklich keine Zuschauer bekomme, dann spiele ich es einfach nicht mehr rein. Es gibt ein Tropikraft, etwas Neues. Äh, okay. Unique Echantments. Ähm, eher. Ist Sortieren, ja, dieses Sortieren-Mode nervt auch schon immer. Crafting. Weil Sortieren ist immer falsch. Ich wollte irgendwas Sortieren. Ne, geht nicht, weil es falsch sortiert. Okay, ich mache mal wieder QI-Größe. Ähm, so, ähm, ja, normal. Ja, okay. Ist wieder abgestürzt. Und wieder das falsche ausgewählt. Ja. Ich weiss nicht, wieso dieses Teil hier oben überhaupt da ist. Weil in den neuen Versionen ist es, glaube ich, gar nicht da. Ob es jetzt wegen damals ist oder so. Ja. Ja. Ich beende jetzt den Mod wieder. Es stürzt nämlich immer ab. In diesem Sion-Mode. Dass dieser überhaupt da ist, wenn er doch so buggy ist. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Mod-Pack. Also ein Mod. In diesem Mod-Pack. Ja. Ja, aber ist total überfordert. Na gut. Hauptsache es speichert, ja. Schott. Echter Schott. Echter Schott. Ja, ja. ein modpack kölz und quer kaputt ding für was besser also ich habe gedacht ja sei jetzt besser auch im blutmond und so war damals auch nicht eingestellt mancher mods hatte eingebaut die richtig nervig sind die waren früher nicht drin wieso hat er jetzt mods eingefügt die wirklich nervig sind ja auch so viele inventare und ich kann nicht so viele mods spielen die die ganze zeit das inventar vollmüll so viele items platzieren ist echt nervig ja kann ich mir noch nicht spanisch also scheinbar einfach so eine sache abdates geplant okay aber wieso 27.5 wir werden heute um 16.00 ein update offen um das karneval event hochzahlen die serverwartung wird fast sicher eine stunde betragen vielen dank für deine geduld wieso schreibt ihr nicht was ihr einfügt ich soll doch auch ingame einfügen ich kann ja nicht auf den server gehen und schauen das event ist gar nicht aktiv jetzt eins bis neun minuten okay nehmen wir hin ja eroberungen sind gange da ist auch noch ein spieler ja was soll ich jetzt tun einfach wieder zu diesem event runter gehen da werden wir wahrscheinlich reisen warten wenn ein paar leute noch überhaupt aktiv sind wegen der überlagerung da werden wir einfach in die nähe gehen wahrscheinlich ein paar spiele dort sind oder ein paar zwei und da vorne war glaube ich auch noch ein grösser ich habe ihn glaube ich gar nicht angewissiert okay ein paar leute die da noch das event brauchen sind hier melison ist hier und meister ich habe gemerkt dass ich auch in meine augen viel zu mit den Augen habe. Das kann ich jetzt gar nicht mehr lesen. Ich habe ja auch meistens eine so gute Augen und dann ist alles ein bisschen verzittert. Aber gut, mein Gott, so schlimm geworden mit diesen Genen. Ich kann euch das sagen. Es ist schlimm, wenn ihr so ein Mensch seid, der ein bisschen mehr Vorteile hat. Es ist eher negativ, weil ihr zu viele Vorteile habt oder zu mächtige Vorteile. Es wurde mir schon so viel erzählt, was nicht stimmte. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie eigentlich dumm diese Physiologie ist, diese Erkennung von psychischen Sachen. Der Mensch ist eigentlich relativ so, dass er irgendwas lernt und dann meinte er, es ist richtig. Wieso lernt man irgendwas, was falsch ist? Hey, wieso kann der sich in einen Werwolf verwandeln? Wie geht das? Er soll mich beißen? Ich glaube, das ist ein Ding, ein Game Mode oder so. Game Master. Oder es ist irgendwie ein Event, vielleicht ist es ein altes Spiel, das damals ein Event war. Wieso gibt es diese Events nicht mehr? Oder wann kommen die Events? Und Halloween war nichts? Ja, okay, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Vielleicht jetzt dieses Jahr vielleicht wieder Werwürfe. Aber ich glaube eher nicht. Was ist das für ein Stab? Das ist einfach wahrscheinlich ein, ja, kann schon ein Stab sein, ein Ding, ein Magnolith-Ähnchen-Stab. Da hat wieder die anderen Flügel, die grauen. Wie man die bekommt, weiß ich leider nicht schon. Jetzt kannst du auch klein werden, liebes Browser-Ding. Das sieht man automatisch groß sein. 0, 3, warte kurz. Okay. Hier ist der andere Flügel. Das ist immer verhältnisch, ja. Okay. Ja, Mura heißt Mura. Okay. Wir sind jetzt momentan leiser am Schlappen. Es kommen jetzt nicht so viele Leute. Wann ist was schon? Ja. So viel wenigstens schon auf. Kann ich das bitte umwenden? Wann ist es? Wie viele gehen Sie Schango? Ich bin nicht übersetzt. Schango kann Attas sein. Wie soll das ändern? Ja, ich bin nicht. 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 Ja, ich bekomme nicht. Danke schön, du blödes Rechnung. Mann, Mann, ist es schon nervig, wenn mir jetzt nichts kommt. Ich hab dir die geschützt und alles mögliche. Schrie, du hann eingesetzt, Schlachtruf. Keine Ahnung. Mein Gott, ist das Mann, Mann. Ja, ich verstehe gar nicht so groß. Ne, ich bin gestorben. Wurde jetzt geupfert. Können die nicht mich wieder überleben? Scheinbar nicht. Also, sie wollen nicht natürlich. Das glaube ich auch kein Beschwer. Ich habe nämlich in der Nähe eben geparkt. Das habe ich ja im letzten Livestream gemacht. In der Nähe einfach den Wegpunkt. Jetzt kann ich ja extrem easy wieder zurück. Weil am Band, ja, am Band wird so auch immer wieder angegriffen. Hier wird sie eigentlich kaum angegriffen. Weil die Bogenschützen auch töten, oder, die Gegner? Die haben, die sind so Level 100 oder so. Ja. Da hat man Bank. Ah, nur Bank. Ach so. Okay. Schlecht lesbar, so großen Mitteln. Hm. Echt. Kannst du nicht hinüberstehen. Ich bin zu müde, ey. Also, ich weiß nicht wie lange ich Rechnung spiele. Jetzt habe ich ja auch nicht so viel Zuschauer. Ähm. Ja. Ich werde wahrscheinlich das Event jetzt einfach griden. Ich brauche ja nicht unbedingt zu. Wenn jetzt irgendwie. Ja. Jetzt nicht mal zuschauen will. Ist egal. Ich mache jetzt einfach dieses Event. Damit ich es nachher nicht mehr machen muss. Check it. Schauen wir wünschen. Das heißt wir wünschen. Ich schau mal kurz. Ein bisschen. Event. Ja. Der Jugend. Check it. Ja. Der Jugend. Hallo. Hola. Und hallo. Urtibisch. Ähm. Ja. Spanier. Schauen manchmal zu. Ich spreche ich Englisch. Dann ist das Event vorbei. Ich denke es geht eine Woche. Und nicht drei Tage. Also jetzt. Sonst wäre das Event heute schon vorbei. Also um drei Uhr ist das Event wahrscheinlich noch nicht vorbei. Ich greife mal den an der angegriffen wird. Ich kann eben den Geistern gar nicht Schaden hinzufügen. Die haben das irgendwie so gemacht. Ja man muss wirklich top equipped sein. Dann werden wir wirklich gut. Ja schauen macht 300. Maximum. Ist irgendwie ein schlechtes Event. Aber okay. Hauptsache man bekommt eine Belohnung. Über die man nur einmal pro Jahr bekommt. Und so weiter. Ich bin halt noch ein bisschen loveliger. Kann jetzt gar nicht so viel machen. Einfach nur noch dabei sein. Ist das Wichtigste. Naja. Also gute Events machen sie halt nie. Sie sind halt immer so. Ja langweilig. Also Adrian ist ja meistens nur am Abend. Nichts mehr. Bei Game Master haben sie zum Beispiel auch nicht mehr. Die etwas machen. Ich frage mich einfach was mit der Entwicklung eigentlich los ist. Schon immer. Also schon immer. Dass die Entwickler auch nichts machen wollen an diesem Game. Sie machen nämlich Handyspiele. Und ist nicht mal gut. Ich habe sie selber gespielt. Die Handyspiele. Das ist nicht mal gut. ich frage mich eben was ist eigentlich der entwickler will weil wir geben uns immer so viel mühe zum spielen und die entwickler machen nie etwas ja und sind eigentlich nur noch meistens spanier und deutsch am spielen also spanisch sprechende und deutsch sprechende sie verlieren immer wie mehr leute das spielen weniger zwar gibt es eben noch die hardcore zocke wie ich jetzt zum beispiel ich kann auch nicht so richtig aufhören aber ich will jetzt auch nicht durchgehend jetzt in letzter zeit wegen live streamen relativ gut jetzt plötzlich geht bei mir sonst würde ich auch nicht spielen also motivation ist durch leistungen schon da und ich finde es schade auch dass niemand ein anderes spiel macht in dem stil aus ashes of creation das bald mal hoffentlich rauskommt ja aber viel zu viel gold kostet ist leider nicht so viel motivation dran zu bleiben wir werden sehen was da passiert also ob jetzt auch mehr passiert mit diesem konzil ich glaube eher nicht der lehnt alles immer wieder ein bisschen ab er hat immer irgendwie eine ausrede bereit irgendwie etwas an feature nicht einbauen zu müssen ein faulstück schwein ist also der entwickler muss halt arbeiten wenn er nicht arbeiten will dann ja haben wir auch keine motivation ihm nett zu sein aber so ist es ist es ich meine ich zocke schon so lange und ja immer wieder in richtung level 60 bin und der account plötzlich nicht mehr funktioniert nervt halt auch ich weiß nicht wieso die leute mich fragen indem ich live stream oder let's play ich habe schon das gefühl die haben damals mich echt gebannt weil ich zu gut so viele zuschauer hatte und zu schnell vorwärts kam aber irgendwann spielt man es trotzdem nein also die entwickler sagen so spielt das spiel nicht aber du wirst das spiel spielen ja wegen den freunden wegen der unterstützung die unterstützung ist da von den spielen her aber hey ich gehe rein und habe nach einer stunde schon wieder keinen bock mehr ich weiß es nicht nein man spielt deswegen im rvr fahren wenn man auch den freunden auch ein bisschen unterstützen will und so sagen aber hey ja es motiviert auch nicht ganz so sehr dran zu bleiben also dass du jetzt auch längere zeit irgendwie rvr machen willst ich meine das item system ist auch ein krempel ich bekomme ja auch keine items über dungeons funktionieren irgendwie nicht jetzt habe ich echt mir wieder gemüge geben motivation zu finden aber du hast nichts also du hast es schon aber du bekommst es nicht naja ich bin einfach jetzt gerade wieder mozig über dieses welt wieso das so langweilig ist ich mir erzähle mich gerne diesen dieses spiel nur du wirst ja auch irgendwie du wirst ja auch irgendwie dass das spiel besser wird oder du wirst einfach dass das spiel besser wird und bekommst es einfach nicht besser oder also ein update pro drei vier monate das bringt es einfach gar nicht jetzt ist nur das update ja dieses event ist dabei gab es irgendwie andere neuigkeiten ich müsste mal ja nein es gab es gab keine infos darüber über das update ja gut jetzt muss man einen anderen entwickler geben so tut ihr immer andere gegner angreifen und nicht die nächsten vom anderen gegner ich weiß gar nicht welche dinge jetzt noch gut sind aber der ist glaube ich nicht so gut der ist jetzt sowieso in aufladung der ist jetzt falsch angezeigt wegen dem schieben ist der schnell jetzt hey wie lange ladet der auf und der ist jetzt verpackt einige zeit auch jetzt ja das ist ein schneller zauber schneller aber lieber die jetzt am anfang machen muss ja nicht die wichtigsten zauber vorne tun ja jetzt tut doch nicht alle auf einmal angreifen die stanz funktionieren auch nicht mein gott und dass ich immer noch nicht in der liste bin von mein den regnum discord die wollen einfach mich nicht mehr in der liste tun weil ich damals ein bisschen ja kritisiert habe wegen dem account und wegen karneval nein ich weiß nicht irgendwie nacht des bösen event damals im märz 2020 ja 2020 irgendwie wurde ich dann einfach von dem disco gemissen und seitdem wollen sie mich nicht mehr unterstützen na gut wenn die das so wollen ok es ist bald vorüber man sieht es hier ok nice jetzt hat sich wieder regniert wir müssen irgendwie mehr leute sein oder wie wo das wo das fühlt sich er bekommt keine infos sonst übel das war ja damals am mittag ist das ding wieder besser da ging die altare auch kaputt schnell und so weiter ja also hatte ich mindestens zwei auch machen können jetzt verstehe ich das gerade auch nicht mehr ah jetzt wird es ist die wieder mal schauen mal wenn es voll ist was passiert dann wo habt ihr irgendwas gesehen ich habe jetzt nichts gesehen gelesen oben man sieht es ja auch kaum diese kleine schrift und so ist er jetzt voll dann wieder aber ich will jetzt einfach die belohnung langsam mal bekommen das dauert einfach viel zu lange keine ahnung jetzt vier von zehn ok jetzt ist es wohl endlich das ging lange gehen die jetzt hin gehen die irgendwo anders gehen die irgendwo anders ah da drüben ist einer ok jetzt sind mehr altare da als am mittag es ist viel besser hey wieso packt das jetzt schon wieder es packt jetzt ok es wird nicht angezeigt es wird einfach nicht angezeigt man ja es ist wahrscheinlich performance übrig jetzt momentan ok aber nicht so schlimm also sonst da oben gibt es auch noch einen dann können wir dann auch noch hoffentlich machen hoffentlich tun sich die spiele jetzt nicht aufteilen und machen zwei altare gleichzeitig aber wir haben jetzt vier das heißt ja wir brauchen jetzt gar nicht mal so lange mehr bei 30 minuten müssen wir mindestens jetzt nochmals warten wenn das event fertig geht wie lange dauert das jetzt noch ok dauert schon noch ein bisschen länger also drei altare pro halbe stunde ja na gut ich bin wenigstens froh dass jetzt einfach die spanier wieder aufgewachen sind so langsam die spanier auch wieder mehr spielen und ja weil ich sowieso nicht schlafen kann werde ich einfach mal noch ein bisschen länger wach bleiben hm bis vier uhr ungefähr kann ich sicher wach bleiben also ich werde einfach so lange machen bis ich dieses event gemacht habe dass ich wenigstens das event jetzt diesmal auch relativ gut machen kann das winter event war ja sowieso nicht level abhängig das war ja auch ziemlich ja halb erfolgreich es war eher wegen ja nicht so viel glück nicht so erfolgreich natürlich war ein glücks passierendes event und ja war ein bisschen doof weil man meistens nur geld bekommen hat aber bitte nicht jetzt diesmal sterben ich will nicht wissen aber gut jetzt sind wir ja auch mehr leute jetzt muss ich ja nicht unbedingt so sterben das ganze spiel backt jetzt ein bisschen herum wahrscheinlich wegen der schlechten laszenz vom system aber wenn ich jetzt irgendwas drücke es funktioniert einfach nicht das ist irgendwie das gefühl der chat ist jetzt auch wieder völlig ja nicht reagiert dass er nicht reagiert oder also ich habe enter-taste gedrückt dann esc-taste gedrückt beides hat mich angenommen ich habe dann nochmals eine wait-taste gedrückt und dann war es das w da geschrieben der chat funktioniert eigentlich nicht keine ahnung mann die überblende effekte sind ja wirklich boah schlimm die ist das ist das ist also das macht wirklich in den augen weh gerade diese position wahrscheinlich auch wegen dem strand noch fünf minuten noch drei drei minuten hat er gesagt kann man nicht so gut lesen zu winzig also für so einen grossen beetschen so große auflösung ja ist einfach nicht gerade sehr aufgelöst oder so ein bisschen unscharf ok haben wir auch schon gemacht ja und dann gehen wir wahrscheinlich woanders hin weil das event ist jetzt gerade für eine stunde fertig jetzt können wir kriegszone machen ok als fünf und zehn das heißt die hälfte haben wir jetzt schon wie lange spielen schon also wir spielen jetzt schon eine stunde 24 das ist ja mein kräft meistens gewesen also wir spielen wahrscheinlich jetzt schon 20 dann habe ich eine stunde und 15 minuten am nachmittag gemacht damals ging es ja recht schlecht mit den events kaputt machen die spiele haben einfach gefehlt also die spieler von europa haben gespielt aber europäischen spieler sind meistens nicht so viel vertreten die amerikanischen spieler haben jetzt eine gute zeit relativ das glaube ich 15 uhr oder so dort und um vier um vier uhr morgen sind am meisten da da kann ich das event sowieso abschließen ich brauche jetzt wieder ein paar punkte ja den habe ich bekommen wieso bekomme ich manche gegner nicht übelst ein paar eben die events sind ja sowieso vor über jetzt das ist gar nicht wieso die leute versuchen jetzt dorthin aufzugenommen ja weiß es ist auch nicht Oh, ich genieße, ich genieße wieder am versuchen etwas zu erobern, ja da müssen wir mal hin, die werden sofort wieder das fort verlieren, ja die hauen jetzt natürlich ab, die hätten jetzt das fort nicht erobern sollen, weil ich bekomme jetzt auch wieder ein paar punkte, das ist schön, dass wir jetzt das fort wieder erinnern können, also ich denke, irgendwie ist es auch ein bisschen überzeugt jetzt momentan, aber ich weiß nicht, es wird ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen überzeugt, ich habe jetzt einen gesehen, ich habe mehr gesehen am altar bei hier, aber es wird es irgendwie momentan wieder ein bisschen schwächer geworden, Hauptsache also, es ist immer noch letzter Platz. Können wir nachher noch per Sentinets kurz schauen, wie jetzt momentan die Überlegenheit der Syrton und Ingen ist. dieser dumme Geiss soll weg gehen, so weg damit, den anderen, ist noch ein anderer da, ich glaube es war noch ein anderer da, aber der ist irgendwie gestorben oder geläftet, ich habe nur einen Orangen noch gesehen, okay, der hat mich geäuert, zwei Tasten auf einmal gedrückt, der ist sowieso auch da beim Altar gewesen, beim ersten Altar habe ich den gesehen, bei diesem hier unten, das war glaube ich nicht er, er zieht es jetzt gar nicht, er zieht es bei den normalen Gegner nicht, okay, Syrton, Igni, Syrton, Alsius, das ist auch gut, ein fort, das immer irgendwie eingenommen wird, in einem anderen, Augersburg ist sowieso ziemlich fort, das am meisten eigentlich eingenommen wird, heißt gut, muss nicht, muss nicht casten, wir töten dich trotzdem. Ich tue mich mal so noch schützen, muss eben die Schutzzeile noch vorne tun oder so, ich habe jetzt gar momentan, ja danke, aber darf ich jetzt mal bitte wieder laufen, endlich, da ist jetzt einer reingekommen, deshalb, ist nach hinten reingekommen, ich bleibe jetzt mal hier und schütze mich einfach. Nein, bitte, da ist sowieso noch ein Syrter, mein Gott, sind die Syrten nervig, wenn sie so überzeugt sind. Ich kann ihn einfach stunnen die ganze Zeit, die anderen stunnen so wenig, sie sollten mehr auf Stunts legen, dann werden sie auch besser entkämpfen. Nein, das ist halt ein Dauerstandspiel. So, haben wir hier noch irgendwie einen Gegner? Wo? Bis wir können. Mann, die Auren. Wer spricht denn eine andere Sprache? Hier ist doch gar niemand. Ich habe doch gar niemand angesprochen, ein Syrter. Vielleicht weil er hier oben ist. Ah, da. Und er wurde einfach ausge... Mann, die Bug-Usen. Die Bug-Usen, die ganze Zeit, ey. Muss mal weg, ich hab... Ja. Ist gut. Die Igen greifen wieder an. Oh. Mein Gott, wenn nur nicht so viele Spiele die ganze Zeit würden, Powercreepen. Ja, gut. Dann müssen wir halt nochmals gehen. Wenn die Forze die ganze Zeit durcheinander angegriffen werden, dann macht das, ja... Dann ist das einfach nervig, das Spiel. Dann hast du nur Punkte, oder? Weil du ja keinen auch mithilfst, keinen und so so. Aber du stirbst die ganze Zeit. Du kommst nicht weiter und so. Und dann kommt niemand weiter. Weil die ganze Zeit die Leute natürlich wieder das Wort einnehmen wollen, das Ding. Powercreep ist halt negativ. Ich fand... Die Leute müssen das auch langsam mal verstehen, endlich. Es soll nicht immer die ganze Zeit... Es ist nur vorwärts kommen wollen. Weil dadurch... Ja... Das Spiel hat einfach auch nicht irgendwie... Dass man Drachenwünsche machen könnte, oder so. Jedes Reich greift immer die anderen an, unsinnlos. Ja... Ich merke schon, ich muss halt langsam auch mal besser werden. Er macht zwar nicht so viel Spass, sondern immer so schnell abzunitteln. Wenn ein oder zwei Gegner dann in der Nähe sind. Die mich dann umhauen. Naja... Ey man, wird stärker. Also... Je mehr man, ja... Jetzt mitmacht, desto mehr muss man zwar ausordnen, und man wird stärker. Man macht einfach weiter. Jetzt momentan gibt es echt schon viel zu nutzen, ne? Kann doch nicht sein, dass die Gegner Bug usen, nur weil... Damit sie irgendwie... Ja, eine Chance haben, oder so. Wieso gibt es halt immer noch diese Bugs? Die habe ich damals, 2007, habe ich die gezagt, dass man überall hoch kann. Genau gescheitert. Die Entwickler haben nie etwas gemacht. Ich frage mich, wann wird das Spiel endlich mal Bug frei. Jetzt singen sie so ein bisschen weiter. Wie gut. Ja, die kommen wieder. Läutze. Tut euch mal ein bisschen konzentrieren. Mal ein bisschen besser spielen. Ja. Okay, dass du auch noch drin bist, du blöder Bug. Guck mal den. Das ist jetzt ziemlich ein bisschen doof, dass wir hier so viel Grinch haben. Die sollten vielleicht lieber mal Imperia angreifen oder so. Okay, aber darf ich mal ein bisschen... Eieieie, dieses Mana Problem Zeugs. Darf ich mal bitte ein wenig, wenigstens Mana haben? Naja, ich kann ja nicht mal selber aktiv kämpfen. Diese Auras sind einfach zu teuer in diesem Spiel. Naja, ich sollte manche Aura gar nichts benutzen, aber wir die Gegner unterstützen, sie stärken. Ja, ich nehme jetzt einfach die ersten zwei Auren mal immer wieder. Und setze sie einfach nicht so oft ein. Okay, sehr gut. Da haben wir wieder viele Ding bekommen. Ja, der wird nicht gestaunt, der ist drittisch. Und die haben wir da auch wirklich gutes Equip. Ich weiß nicht, wie lange die spielen müssen ungefähr. Die spielen schon sechs, sieben Jahre oder mehr. So herauf zu nerven. Leute, greift doch den an. Oder wenigstens die NBC. Manche Spiele behalten sich wie so kleine Kinder, die nichts gelernt haben. Da ist er ja. Hallo. Ja, vielleicht die Kamera mal ein bisschen weiter rauszoomen. Dann seht ihr ihn auch. So, jetzt endlich. Habt ihr ihn erledigt. Ich als Level 46 Spieler muss am meisten machen. So, jetzt haben wir den Champions Punkt auch bekommen. Und wir haben recht viel Erfahrung bekommen durch dieses Wort. Das ist super. Also so muss es weitergehen, nur nicht so nervig sein mit dem, ah ja, da kommen ganz viele Igen, da kommen ganz viele Syrten. Das meiste lohnt sich ja nicht, weil man zu oft stirbt oder dann. Das ist ja Powercreeping, weil der Entwickler das unterstützt oder dass man halt die Punkte sammelt, dafür aber dauerstirbt. Das hat leider Powercreeping. Und gut, die Entwickler unterstützen ja das Powercreeping die ganze Zeit. Geht die nicht nach Imperia? Wieso gehen die Leute nicht nach Imperia? Vielleicht weil sie denken, ja okay, das ist gut beschützt jetzt momentan. Geht ihr hin? Habt ihr unten, hier unten Gegner? Da? Oder ist sowieso schon tot? Ich, ich gehe gar nicht hier unten. Ich bekomme ja auch nicht so viel Unterstützung von den Auren. Na ja. Kommt ihr? Ganz viele. Komm, die Schützen mal unterstützen. Ja, den habe ich bekommen. Also die Auren funktionieren manchmal auch relativ gut, aber manchmal sind sie echt buggy, dass sie mir nichts geben, obwohl ich dann Auren benutze. Sonst langsam ins B. Das ist auch ein langsam. Jetzt muss ich noch ein bisschen merken, wie ich geskalt habe heute. Den habe ich auch bekommen. So und wo ist der letzte noch? Ja, der letzte finden wir jetzt nicht wahrscheinlich. Einer ist sicher aufs Pferd gegangen. Aufseite. Jo. Also nach dem, sag mal wer es selbst war, das gehe ich jetzt nicht mit. Und die gehen jetzt sowieso auch zurück. Die drei, vier Stück. Die drei, vier Stück. Das hier war der letzte ist. Ah da. Hm. Archangel. Ein Jäger. Da sind noch ein paar. Cool. Da sind noch ein paar. Ich finde das cool, dass sie so Powercreepen. Die haben null Chancen natürlich, aber ist hier unerzeugt. Ja. Eine ist richtig schnell kaputt gewesen. Ja. Da sind wir. Ich muss machen. Jetzt hast du Freude, dass du ein bisschen laufen kannst. Jetzt bist du wieder gestanden. Ja. Ritze sind halt schon ein bisschen zu zäh in diesem Spiel. Ja. Ja. Ein bisschen länger. Wenn sie gut equipped sind natürlich. Naja. Ich brauche ja auch schon viel länger als zum Beispiel mein Beschwerer Level 58. Ritze sind ein bisschen zu zäh und Barbar ist ein bisschen zu stark. Dafür sind zum Beispiel Schütze mega nervig und Jäger. Ähm. Ja. Hexenmeister auch wegen den Stunts und wegen den Dots. Es muss ein bisschen besser ausbasiert werden. Machen sie aber nicht gerade so schnell. Also was ich im Konzil gesehen habe, das meiste wird jetzt irgendwie jetzt in diesem Monat wegen dem Ding sein, wegen den Champion Punkten sein. Aber ich hoffe, dass wir dann bald auch umgesetzt werden. Weil jetzt zum Beispiel Januar Conceit 6. Das wurde noch nicht umgesetzt. Wo geht ihr denn hin Leute? Wenn ich nur anführen könnte. Okay da drüben. Gut. Ich sehe nirgendwo wo die hin wollen, nur dass sie sie auch verwirrt sind. Aber sie sind auch immer Ritzer. Ich weiss nicht wie die Ritzer hier sein wollen. David hat angegriffen, weil er kein Ritzer ist. Ja, Ritter gegen Ritter und Ritter. Das ist schon gelungen. Aber der Baba hat jetzt auch gerade... Er ist ein sehr guter Ritter. Er ist ziemlich stark. Auch gut. Wie lange er gestand werden kann. Kein Wohne noch mehr. Jetzt bekommt er mehr Schaden und jetzt habe ich ihn wieder gestand. Sehr gut. Der sollte jetzt weg gehen. Er hat sehr wenig Glück. Okay. GG. Okay. Viel Spaß da vorne. Ich gehe nicht so weit nach vorne. Wieso gehen die rein? Ja okay. Der wurde gestand. Aber trotzdem. Wieso geht der so richtig rein? Der ist glaube ich gestorben. Habe ich gesehen. Oder nicht? Nicht reingehen. Okay. Aber die sind jetzt richtig rein Rfk gewesen, die Iggen. Wieso haben die nicht angegriffen? Der Wahnsinn. So, das Event startet ungefähr 3 bis 23 Minuten. Es geht doch ein bisschen länger jetzt. Ich dachte nur eine halbe Stunde. Aber jetzt ist... Ja okay. Nicht töten. Oh, ich wollte doch ein bisschen XP haben. Man bekommt zwar von schweren nicht so viel XP, aber... Ja. Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Du kannst mich angreifen, aber die anderen lässt du in Ruhe. Ich mag es. Ich mag es richtig Ritze zu sein. Nur eben ich bin zu Low Level. Ich muss leider noch ein bisschen stärker werden als Ritze. Sonst habe ich da ein Problem. Du hast einen Bracer. Ah, Elia. Mhm. Gut. Ja. Wie können wir so mega... Ah, das Nini. Diablo. Wie kann man... Ja Leute. Jetzt habt ihr die Augersburg wieder erobert, weil ihr hier drinnen seid, aber ich kann nicht dorthin. Äh ja. Aufsaugen... Ja, toll. Das bringt ja sehr viel über den Angriffen hier vorne. Ach, schwer würde ich gerade so schnell. Das ist schon geil, wie die Sierten immer wieder in die Falle tappen. Nein, nicht so schnell töten. Ich mache auch ein bisschen EXP, ich mache jetzt gerade ein bisschen Powercreepy. Ja, ich muss jetzt unbedingt das Level schaffen. Oh, dann habe ich es sogar bekommen wegen dem Buffer. Nice, nicer Dizer. Bitte nicht so schnell töten, nein, nicht so schnell töten. Jetzt habe ich den nicht bekommen. Jetzt bin ich ja momentan auch ein bisschen creepy, ja, greedy. Creepy, greedy. Naja, ich bin viel. Weg müde. Hola. Dormir, Night. Ich muss kurz übersetzen sonst. Schlafen. No, I sleep. No thing yet. I can sleep. I have... I have problems. I can... I can translate. Next. Okay. Okay, so... No of English. In-testinal inflammation, inflammation, genau. in spanish can i translate spanish inflexion intestinal it's a morbos kron problem a real problem it's burning my bottom burns is the mago it burns it burns okay die töten jetzt nicht so viel ich bekomme nicht so viel sind einfach zu viele jetzt werden wir leider zu stark angegriffen ich hoffe ich werde nicht gestand ich habe einen normalen treffer bekommen wenn er im spiel ja okay muss man kurz schauen das browser aufmachen den anderen browser bitte auch game bitte bad window mode was wollte ich schauen kurz mal kurz okay einer hat sieben zuschauer einer hat siebten zuschauer ich habe zwei zuschauer ich bin dritter platz dritter von vier platz wollte einfach mal schauen ob heute jetzt gerade geschaut wird weil regnungen ist halt nicht um jede uhr zeit sehr beliebt sind keine fast okay leider haben wir relativ viel tote scheinbar gehabt sind es wieder zurückziehen leute kommt doch zu mir es hat immer so viel abgelenkt so ich kann manchmal echt nicht gut buffen wenn die leute nicht in her gehen jetzt nichts bekommen von dem gegner man ist mega verpackt man tötet man meine gegner ich brauche wieder xp nicht so lange zeit ich will schlafen eigentlich sollten ein paar ritter wirklich auf die gegner gehen die auch Ritter sind oder so damit manchmal einfach die Leute nicht fliegen können oder andere Gegner ich Hexenmeister würde ich empfehlen einfach manchmal aufzuhalten die Ritter sind und so bei die kann ja die Ritter eher angreifen ich werde gerade ein bisschen zuerst angegeben müssen sie lassen nein schützen man hört euch hört auf die ganze zeit leute nicht immer die ganze am boden werfen ein oder zwei mal am boden werfen ja ich bin ein bisschen zu nah dran gegangen egal bin ich auch wieder mal gestorben jetzt ist aber nicht mehr lange also ich gehe lieber zum Altar naja noch 14 Minuten mindestens oder soll ich hier schon warten schaue ich mal kurz auf die Königreichspunkte ja ich bekomme gar noch nicht so viele über so 1 bis 3 bekomme ich meistens von einem Gegner ich tue jetzt lieber kurz hier eher warten oder so Alcius are not really a man yet ok die warten auch schon hier das Tor ist kaputt gegangen zwei Tore ja ich gehe jetzt nicht mehr dorthin kann jetzt auch nicht so gut helfen mit meinen Auren oder so ja Arthas kommt mir bekannt vor und ich weiß nicht Arc einschleiche auch aber nicht mehr so Metal Hunter ist bekannt Siantia auch sehr manchmal schon extrem oft am spiel also Tiny Barbarian ist zum Beispiel sehr oft am spiel also Tiny Barbarian ist zum Beispiel sehr oft am spiel wieso gibt es nur Männer da ist eine frau die ist eine also frauenküsse ich aber eigentlich hab keine Küsse sehr einfach ok Wengel bei diesen weiß ich nicht ob es Mann oder Weibchen ist also hier sind die Frauen Leute die stecken mich immer an mit Küsschen ok leichte Verzeihung sind ja schon längere Zeit könnte ich dann auch mal abholen und vielleicht dann mal noch ein Schwert also zu kräften aber ich habe jetzt noch kein Level also ich kann jetzt die neuen Sachen noch nicht equippen ich glaube ich soll es noch Eisenerz das ist hier rüber rüber ja hier rüber ok so und ähm er hört jetzt auf mit diesem Geräusch das ist ja unglaublich aber vielleicht sind das auch die Türme genau 47 ok Verfassung plus 2 ist natürlich auch ziemlich gut für mich noch vor allem der ist ja viel schlechter 48 habe ich nochmals ja nicht stärker ich weiss nicht ob er die rechte Axt auch im wegen Knit benutzen sollte ok aber Zauberspruch ist vielleicht momentan ein bisschen besser so jetzt gerade im Moment wenn ich nicht gegen Monster kämpfe ist wahrscheinlich Zaubersistenz auch ein bisschen wichtiger auch wegen der Stunts auch ich hoffe das wirkt gegen Stunts ich weiß es nämlich nicht mal mehr ich glaube es wirkt schon so was aufgemotzt aber in welchem fort wahrscheinlich im Schloss muss ja das Schloss oder in Menria aber wieso man das jetzt gerade hört ok dann hört man schon weit stimmt stimmt in der Ecken hört man vieles sehr weit das Clan das Clan haben sie irgendwas beim Clan-Ring wahrscheinlich hat er einfach noch nicht gesehen dass man neue Clan-Ring länge hat ja Boots 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 rank Florian für dieser hat total K jello eis Salvaia Hild Ok, cool Conquistadora ist glaube ich Kreuzritzer Dama de la Retention Dama de la Dama de la Die Dame Der Was ist das andere Retention Wahrscheinlich Eroberung Retention Erlösung, ok Retention Muss ich einfach das ein bisschen besser merken können Ich kann manchmal Spanisch so richtig gut merken Hey Leute Wie lange muss man eigentlich noch warten Es geht immer das letzte Also es geht nicht eine Minute Wenn dort eine Minute steht Es geht immer nur acht Minuten Wenn es dort steht Gut Jetzt wenn man Leben sagt Wenn man irgendwas sagt Dann Ja Ich will mich opfern Bitte Lass mich opfern Ich will sterben Wieso hat er das eingefügt Wieso muss man sich opfern In diesem Event Ich glaube das Event gab es schon mal Oder Es ist geil Jetzt kommt mir irgendwie bekannt Aber das war schon vor Ewigkeit Einmal gab es ja diese Fastnacht Äh Wie sagt man dem Jetzt muss ich irgendwas einsammeln Ich weiß nicht mehr genau was so Clownsköpfe Irgendwie gab es Clownsköpfe Oder so zum einsammeln Also ich weiß nicht mehr genau was so Und ich sterbe einfach nicht Ich muss so gar nicht sterben Ja gut Man steht scheinbar wieder auf Nach einiger Zeit Aber wieso muss man sterben Wieso Opferung Du weißt Die Christen Oder so Die Tun Äh Die Heiden Damals wollten opfern Ja gut Ich glaube die Christen Haben nie geopfert Ich kenne es jetzt nicht von Christen Aber die Heiden Hatten manchmal so Selbstmord Wie zwar Und wahrscheinlich die Islamesen auch Islam Thank you Äh Yes Amen Vielen Dank. Jetzt kurz mal umschauen, Events, okay, keine Drachenwünsche, gehen wir weg da. So, keine Drachenwünsche in letzter Zeit, nö. Werte, genau, Werte, 0, 1, 4 in den letzten Wochen, in der letzten Woche. Okay, wir haben sogar mehr Forteinnahmen als Ignis und den, ja, wir haben einfach zu wenig Immersion und so wenig Drachenwünsche, wir haben keine. Hm, schade. Okay, die Anzeige ist auch nicht so schön, wenn ihr das habt. Ja, mit dem Fenster-Modus bin ich ja nicht zufrieden in diesem Jahr. Window Mode ist, ist bad für Livestream. Short, Update, Better Make. Okay. Und Windows 10 ist, ist, ist mit Yellow, Random. Und, ja. Und, ja, auf der Seite ist es ist Yellow, wenn ich Auto-Mode mache. 31er verhangspunkt konzentriert euch doch auf einen gegner ich werde angegriffen er geht am schnellsten ok aber knapp level 47 den den sie da noch angegriffen haben der ist jetzt nicht so schnell da nicht so support angegriffen ja doch aber der ist jetzt auch da schon je nachdem wo es halt doch ein bisschen mehr die angreifen hat gibt ja hört auf mit dem freeze aha Leute freeze are bad what the fuck is freeze we cannot attack this is bad every time the players freeze it's the baddest stun aim or freeze it's not good design 6 from 10 ok schon wieder stand stand to break monsterjäger hat einer ist das irgendwie tausend töten oder so monster hunter which many monsters tötung thousand okay tausend yeah i'm afraid me good i'm not free i'm afraid move bit bend 15, 20 oder 1000 Monsters. It's really early. Tormented. Faust KF ist auch mal wieder hier. Okay. Dann habe ich irgendwie vor drei Jahren oder so, glaube ich, mal gesehen. Das war vor fünf Monaten vielleicht. Da bekommen wir selber Kampfer. I can play the Hunter for next achieving event. Okay. Okay. Two loads. Time. I need more time. Yeah. Level up. Woohoo. Haha. 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 This is of healing. Whatever. Sweet name. Haha. 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 Okay. Okay. Fast event. Nice. Okay. Okay. More time for. But I'll talk this. Okay. 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 Ich glaube die wollen das nicht machen. Ich glaube die wollen das nicht machen. Die haben das nur gesagt. Ja das fort ist ja schon lange grün. die leute haben einfach irgendwie nicht bock das fort anzunehmen. Ich soll nicht dorthin gehen jetzt hin. Ich komme hier. Torkul. Ist Torkul hier? Weitere? What is here? Store cool event. Okay. ok unten durchgehen die meisten ja ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer natürlich ist durch den vulkan oben durch was ja frag mich mich an he he make this thing and come here come here for torkul for event for a problem is better i don't understand not here drought what here the players was not the thing was gone here leute kennt ihr das nicht ich habe es noch nie fast gemacht aber trotzdem ich weiß wie man hier hinkommt ok scheinbar ist es einfach weg komm hier die haben das einfach weg gemacht ja alles klar man muss jetzt gar nicht mehr hier machen weil hier war der dritte der ist weg jetzt der war schon lange weg so many players are really oh yeah that's just the time five minutes you can can make but this gives no here gives one per time name what is this voice ah event goes goes down event voice yes okay altar goes down voice nice okay yes 30 okay i hope fast i need to go sleep i need to go rfk yet i thought us say in rohk in rohk in rohk in rohk in rohk Vielen Dank. My cats are problems. My cats want out and in and cannot. We need every time the door open. It's a glass door we cannot catch door making. Hello there. Okay, the car screen is on. So. Okay. It's easy. Okay, it's easy. Yeah. Yeah. Okay. 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 Einer hat sich noch versteckt, da haben wir die Punkte jetzt gerade bekommen. Ja, die verstecken sich gerne. So, wunderbar. Hat's noch einen irgendwo? Die sind manchmal eben hier an der Decke. Ich will das mal kurz ausprobieren. Wie kommen die hier hoch? Hier hoch? Irgendwie verpacken. What is this glitch here? Gently here. Yeah. It gave us a glitch here. But I cannot drop the here. Drop the wall. This glitch is long ago. Or not fix it. Hmm. It's a pussy trick. We have to see. That is not so good. Okay, nice. Let's wait, wait, wait. No hunters. Okay. 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 All gross. Ah, okay. Sie wollen einen Trailer machen. Becma. Nehru, FB, from the Legend of Zelda, Ocarina of Time. Gortness. 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 Es ist dann hier's Dornstein. ja so it is too many No, 0, 0. Graphically sharp, best. 60 years, no bug fixing. Yeah, baby, yeah. Many players from the Legend of Zelda. Okay, nice. Yes. Algaros? He's a Algaros, Algaros. Hm. Da doch. Gehen die schon wieder dorthin? Ist doch wie zu früh. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt meine. Was? Ah, wo war die Dunde? Hm. Dunde. Was könnte das heißen? Meister des Weißen. Meister des Weißen. Bad little angel. Trulululululululululululululul. Gehen die Dunde, es ist eine Wallybe, die Dunde, die Dunde, die Dunde. Ich habe mit dem Dunde, der Zunde, der Dunde, der Dunde, der Dunde mit dem Dunde, die Dunde, die Dunde, die Dunde. Und jetzt vielleicht auch nicht ein Wallybe, der Dunde, der Dunde, der Dunde. Okay, I go August Vogue, eventually. Bind for waiting is lame. Okay, we have no GIFs. Post. Snowman's. Okay. Ah, September 2022, thank you for the following. Okay. The events are 12.32. Hmm. Habits? Oh, please. No divines. Every attack was. Mars. I'll sleep. I wake up. I'll sleep. No. Hmm. Hmm. Oh, eventim, I don't know, eventim, four days, this is Germany, okay, this time warning. Oh, eventim, four days, this time warning. Nine, seven, eight. I'm the oldest live streamer and let's play, I think. But I have many times German let's play and nice streaming. And yet I'm bad in English and I learn Spanish. I hope I can reach many players, but it's not so easy. I have no Discord connect. I was banned 2020 for rage on an event in Easter. Before Easter and so, Black Spider and it's, it's, it's Mexican event. This, this event from the death, the skeletons and so. So, I have say, please fix the bugs and so and this banned me. Really? And yet say, I cannot not end Pardoz.com. My channel is, my Discord is every time banned. I cannot, many bad developer and support other moderators. That means, I cannot understand. Why want not support? Why should we not have saying, yes, this is not so good, cannot better, should say better? I wish the developer has more pardoz, more, more for fixing the problems. And that's banned it with the players to show it help, want help. Okay. We need the developer understand. I say not so many time. But the developer support, I must not support when the developer say, yes, we ban players. We ban players. Okay. Edward. Yes. Yes. Okay. Edward. Yes. Ja, kommt jetzt endlich mal, schlaft nicht ein. Ja, da bringt das zu wenig Punkte für die meisten. Ich hätte ihn gekönt. Ja, ich hätte ihn gekönt. Ja, ich hätte ihn gekönt. Es ist weg. Sehr sweet, aber nicht einfach. Ja, das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Ja, das war's. 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 Gott, du Gott. So, das invasions. so das ist manu one online alle teckte ich nicht Oh, really bad player. Stop. Stop. I go away, the player is not so really, yeah, okay, I have him not, him here is not really, no one attacks me, I'm too hard to break. Okay, event, then I go to sleep. I can wait and show the other live streamer. But events are not so really fast. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wieso die jetzt noch weiterlaufen. Jetzt haben sie endlich, die sind zu 20, 30 gewesen. Endlich haben sie mal eingenommen. Jetzt werden sie sauber schon wieder. Göttlicher Schutz. Wow, must. Okay. Jessica Jones. Marvel Jessica Jones. Yes, any time see. Foster, Foster. Foster. Jessica Jones, Killer. Kill the 30s. Goose man. Oh, really lame. Yeah. And in Gaff nochmal. Okay. 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 And in Gaff nochmal. Ich komme aber nicht zu ihm. Speed tough. Okay. Yeah, next page. Okay. Spam. Spam. Bomana. Spamming. Bomana, come. Aye, aye, aye. Aye. All right. All right. All right. All right. Let us move on. Bye. All right. I'm going subblocking. Nur blocken, immer alles blocken. Ja, big players are best players for Killing. Ja, big players are best players for Killing. Ja, big players are best players. Bar machine. Ja, big players are best players. Oh, Algoros, okay. Okay, I can. Champions point is not really at 10 or 20 nits. I really hate this event. And every time waiting, waiting, waiting. And Sprite goes. But I need the, I'm a collector, I need optical clothes. Okay, I hope not 30 seconds. Yes, 14 seconds. Plus. Okay, chief. Next Ocarina of Time Lover. I think it's not the best Zelda. The best is A Link to the Past. Or Minish Cap is, these three Zeldas are the best. And A Link to the Past is better. Link's Awakening is the fourth best. And I'm not the newest Zelda. Okay, it's a little. Between worlds. I have no buoy, but I have a Nintendo drive DS for DS. Three DS. And, but not here. I showed play when an editor comes. Can we display on PC? Let's see. I need to play. One day. A Link is on PC. Okay, jetzt ist es besser mit der Gnittchen. Thanks, God. Oh, thank you, Ben, so cute, Junior. Thank you for the following. When it has hurt and I cannot sleep, I can many times playing Regnum, yes. In Switzerland are, what is, two, third, three a.m., so it's three in the night, but I cannot sleep and test this, I live stream. And I learn Spanish and it's not so easy for learning Spanish yet. I'm not so really many times time. When I supported players, I can more playing, but I feel the game not so many times. I play this game 60 years, 16 years. Not so really many times, but every time, every year, a little. For let's plays and yet live streams. Okay. So hmm. Now I want to play, but I can personally believe me. Let's playSU Sunday. Let's play, stereotypy, let's play. Let's play, stereotypy, let's play, stereotypy, plays play list. Let's play, stereotypy, let's play, stereotypyria, stereotypy, let's play, let's party always way in Okay, six minutes and one bit, one, two, six minute, minutes, okay. Yes, slip, slip, slip in the simulator, right here. Oh, yeah, okay. Oh, yeah, okay. Es ist ein Event, ein Event, ein Event. Screenday und Carnival. Eber und Ous. Exotik ist nicht gut. Not the password. Not the password. Not the password. That's all crap. No face. Oh, here is only the normal haircut. Haircut. But which hair? Hair is so good. A bit lame. No face. 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 Oh, here. No face. Yes. Really good. okay den O'Malley aircarts which one is better it's hard yes okay I cannot it's good but not better I can't I can't I can't I can't I'm sleepy. No split, no split, it's faster than one attack, attacking. I'm sleepy. No split, no split, it's faster than one attack. No split, no split, it's faster than one attack. No split, it's faster than one attack. I need so many time mates. I need so many times. I need so many times. I need so many times. Three hours. Okay. Two hours, three, five hours, one, uh, half hour, five half. Eight, eight, half hour played today, last day. Yeah. 24 hours. Four hours. I make every hour time. Every day hour time. Hmm. Up, up, up. five hours. Only two hours. Four hours. One minute. Four hours. a new quest art quest Ja, Gott Christ. 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 Ja, Gott. 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 okay, new player next, next, next attack faster okay, it's too late, but I go to the next altar 25 minutes next event or faster no ligand so algaros from igneous attack it every time since the event that's here every time attack it ignis the aggris fort no brain okay okay for ixf fast shit okay 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 we okay okay this was okay 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 tree okay 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 not many players okay 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 We need an invasion like this, but too many players. This exotic hair is silver. This hair is yellow-brown. I'm testing here. Can it go off car for my cat? Can it go off car? 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 Okay, feeding time. Oh, every time hungry and thirsty. Toe cats in next to Reemney feeding. It's no invasion or a forward capture. I can go skill and let's notice. Two pints or three pints is good. I need to making what I cannot go by waiting. The events are... Hmm, I've... The starting mission or what? 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 Yeah, next to our alternate from 10. Okay, nice. I can't sleep. I can't sleep. Yet I have not so ignition, ignition, that's what it is. Can I sleep? But the game must may not sleep. It's waiting simulator. I hope I can farm Magnonites. It's time for this, but... Yes. It drops not many yet. For where? For what reason? For what reason? Many times I play in this time. I have many Magnonites I can farm farming. Yet, no, zero. It's events and then when event is working, no drops. No stone or rocks, no stone or rocks, drops, but here is a, here is a stone, okay, a rock. One. One. Three helpful. One Magnonite. Two. One. One. Vielen Dank. so time for many players the spawns are not so many and i comes morning in the morning and in europe eight or nine hour is then as many magnets here and we have change we chance we have good drops okay but many times uh else rock rock four and five magnets today okay it's just night train okay two points yes jetzt 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 heile or troll screen find 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 Ja, und die vom Monster. I need more damage, I want more damage. Okay, the Quests, the warmest Quests, 50, 750. Okay. I need a three level. Three here. So better here. One for my cat. And this was the old thing. The Balkan. That's the word for the side thing. Has waked up my sister. What is my sister? Bad. Not so good for my cat. It's the cats from my sister. I have here not so many to sayings. But the cats are more by me when I can sleep. Today not. But I will not have cat set for my allergic reactions. I have every time to north and to here, every time the problems to slime. Asthmatic action. But all time the cats has me. Why are it not so many Forts? To these? Hello many players. Are here nothing. thing. I have heard many times as baba if make attack and so alone Forts, he has as puedan. was funny what is 10 years ago or more 10 12 13 years ago one like that at that time as game master in 27 was the funniest every time events the players was really fast and motivated and yet 60 year later the player okay many players are good many players are bad players not so motivated or bad players and the rings are not unanswered okay it's not so bad but yes it must go more maybe if you feel i follow him this player are really really often online okay cool Next, attack. Niko Kaza. Nighthawki. Oh, many players. That's no chance. Working speed. Herbert is at a good location. Too many serious players. Pay for pay. Loli. I've done it. Oh. All right. All right. Ah, den S-Kanal. Okay, no, that's it, that's it. Okay. Okay. Vielen Dank. Poor lions. Oh, yes, 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 yes. Ooh. Please, buff, buff, buff. Dun, 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 dun. Speedy. It's not fair, but I need to explain. This is a war, and war is not fairness. Zero press and chance. Oh, yes. Okay, it's buggy, really buggy. Wenn man auch die Punkte überbekommen würde. Aber nein, natürlich, gehen manchmal die Auren nicht, gehen manchmal keine XP. Good move. No, not the first. Okay, I have the XP. Okay, this one has the XP, but the Knights not. Very good. Very good. Okay. 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 Der Frust ist. Der Frust ist. Der Frust ist. Let's finish. Too many players are here. I go back. I'm not here. I'm not here. I go back. Bye bye. Sorry, I cannot Spanish. I'm from Switzerland. I learn Spanish but I cannot translate. I can translate. I can translate. I can translate. I can translate. Why is it wrong? I can translate. 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 I like this. English. Inflammation. 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 you you are spain as you order argentina mexico oh easy i take no easy players okay the event is here good is fast started okay the latest wait phase do it face okay please let me die i want to die okay start yes okay nice it's down baby it's down ghosts are stupid when i uh has the last death many times ago what one two hour ago or so it's cool as not okay the vast yes it's a faster nice i have have my challenge uh make it in one day event and the other um correctors need not to equip many are better equipped it but i can farming but it's not better this next quest making having to have to make okay okay three hour fifty to fifty two long long time moment it is 10 hours nice streaming on sunday and monday morning the other streaming are not online uh developers should make the drop yeah it's okay priest in in or on the island the island where are the priests priest german where are the priests i hope on the island i hope on the island that the month is not a priest or all the deals got down and a certain what may attack but i faster okay detroit is the hunters every time hunter players are not so not bad but i need to go to ireland okay no player here no service yes good i need to go to ireland i need to go to ireland this is the game master island and this stuff here and we can and we can okay uh process yet yes is here priest okay nice quest are done the Der Bund zwischen der Menschheit und der Erde wurde in diesen Kleinen dann schon längst vergessen. Der bloße Fakt, dass du diese Erinnerung geschützt hast, ist eine große Belohnung, obwohl dies uns lehrt, dass er unentbehrlich ist, etwas zu haben, das dies auf den ersten Blick hin für uns tut. Nimm diese Kleidung, auf das es dir hilft, dich für ein bloßer Zeilen daran zu erinnern. Ja, danke, aber kann ich mal jetzt? Ah, ne, ihr küsst. Okay. Es gibt noch etwas, worüber ich mit dir sprechen wollte. Wir haben ein genaues Auge draufgeworfen, was in diesen Ländern entstanden geht. Wir haben zeitlos Auseinandersetzungen gesehen und die Auswirkungen eines Konfliktes, welche bereits beginnen, beginnt sich an uns zu fühlen, als wäre es als eine längst vergessene Vergangenheit. Es ist fast wie eine Illusion, etwas, das passiert ab derselben Zeit auch nicht. Es ist, als wäre er ein Teil einer Fantasie. Vielleicht ist dieser Konflikt auch an eine Art Natur gewohnt, eine unserer Spezies, und dies ist eine, welche wir unterbinden sollten. Es ist schwer davon loszukommen. Es ist schwer davon loszukommen. Wohl das Stehen eines solch nicht legitimen Lustes nach Fantasie uns zu sehen wollen, was wir konsequenten es haben wird, ist eventuell der beste Weg, dies zu bewerkstelligen. Das Wissen der konsequenten eines Konfliktes, obwohl das nicht real ist, obwohl diese nicht real sind, ist es ein Pflegeweg, sogar ein Weg zu deiner Heilung. Du musst dies fortführen, damit dieser Dost endlich gesteht wird. Zieht davon, nichts Neues kann entstehen, ohne dass man das Alte an seinem Ende trägt. Okay, wir bekommen noch ein Helmübel, wenn wir 50 Spieler töten, die von jedem anderen Reich. Das ist natürlich wieder wunderbar für einen 47er, aber gut. Ja, ich tue mich, glaube ich, mal kurz relocken, damit ich die AXB Bonus bekommen. Und sonst gibt es hier nichts mehr. Dann gehe ich mal schlafen, denke ich mir. Aber zuerst muss ich mir natürlich noch umscanen. Und dann haue ich mir diesen Geschwindigkeitszauber eigentlich hier. Mein Gott, ist das kompliziert. So, und dann hier, glaube ich. Ja, okay. Gut. 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 jetzt sind ja auch keine zuschauer mehr da, ich mache jetzt trotzdem noch ein bisschen leider. oder ich könnte es morgen einfach machen, ich gehe einfach an den strand und logge mich einfach morgen und dann finde ich meinen exp 25er boost, tägliche gelohnung na gut, aber die belohnung hier, exp haben wir ja auch wieder ein bisschen bekommen oder nicht umskehlen ja komm, ich bekomme sowieso ein bisschen mehr exp je nachdem, wenn ich jetzt in einer guten Gruppe bin, ich mache das gar nicht, gehe jetzt einfach schlafen, fertig hm, einer hat mich scheinbar wieder defollowed, das ist wahrscheinlich ein Spanier gewesen, denn ich wusste, dass ich nicht Spanier bin, ich weiß nicht, die Spanier checken nicht so schnell, irgendwie scheinbar, dass nicht Spanisch steht, sondern Englisch und Deutsch steht, also Englisch meistens beim Regnen-Listream jetzt und dann kann er nicht Englisch und versteht mich nicht ja, einer von den dreien hat mich wieder, oder ein anderer hat mich ja, vielleicht kann es ja auch ein Bot gewesen sein oder so, oder ja, also mehrfach Account gut, also ja, ist trotzdem eben, ich tue so viele Follower bekommen, ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie greedy davon ja, morgen starte ich dann wieder mit Regnen, weil es jetzt gar nicht viel Spass macht hier ist der Zacks, ja also ich gehe schlafen, ich schreibe noch kurz gut, also danke schön, thank you, and good night, gute Nacht, und ja, vielleicht habe ich dann einmal noch Spanisch lernen, aber jetzt gerade, momentan, ich liebe Livestream haben wir auch das Server von Minecraft, geht bald los, der zweite und David hat auch viel besser und danach auch noch äh, ja, Branderon-Spieser von GTA 5 nein mit einem Team aus drei anderen noch, vier anderen meistens auch noch jo, sind schon eigentlich sehr weit aber wir hatten kurz noch ein Problem gehabt, dass ein paar Daten ja den Server eigentlich kaputt gemacht haben weil der Host so schlecht ist sehr Posting so ein schlechter Host was irgendwie nötig war die 5M unterstützen die irgendwie so etwas weiß ich nicht mehr was das Problem ist ich mache ja da nicht so viel ja, auf jeden Fall bin ich ja der Sponsor und deshalb gehört er eigentlich mir jo und ich bin der Leiter ja und das kommt dann auch bald ich hoffe morgen schon gut, dann tschüss zusammen und gute Nacht bei tschüss